Willkommen bei Zeppelin Rental Showhow. Die vorlaufende Rüttelplatte CF2 ist ein benzinbetriebenes Gerät zur Verdichtung von losen Untergründen wie Sand, Kies, Schotter, erdfeuchtem Beton oder Dämmstoffen. Für spezielle Anforderungen wie die Verdichtung von Betonsteinpflaster lässt sie sich auch mit einer Schutzmatte ergänzen. Für die Bedienung der CF2 ist das Tragen von Sicherheitsschuhen und Gehörschutz sowie gegebenenfalls eines Helms Pflicht. Außerdem müssen Sie volljährig sein. Setzen Sie die Rüttelplatte nur in freien oder gut belüfteten Räumen ein. Um den Motor zu starten, stellen Sie den Kurzschlussknopf auf On und bringen den Gashebel auf Vollgas in die Position Hasel. Schieben Sie anschließend den darunterliegenden Choke in Pfeilrichtung zu sich und öffnen den Kraftstoffhahn. Jetzt ziehen Sie den Reversierstarter am Motor bis zum Widerstand heraus und dann mit einer kräftigen Bewegung vollständig durch. Die Rüttelplatte sollte nun im Leerlauf mit Gashebel auf Position Schildkröte warmlaufen. Schieben Sie dann den Choke in seine Ausgangsposition zurück. Zur Verdichtung bringen Sie den Gashebel wieder in die Stellung Vollgas. Eine Fliehkraftkupplung schaltet die Vibration automatisch hinzu, wenn die Drehzahl hoch genug ist. Die CF2 bewegt sich ausschließlich vorwärts. Die Geschwindigkeit bleibt dabei weitgehend konstant. Um die Rüttelplatte wieder auszuschalten, stellen Sie den Gashebel auf Leerlauf und schließen Sie den Kraftstoffhahn. Dann drehen Sie den Kurzschlussknopf auf Off. Der Motor stoppt. Im Zuge der täglichen Wartung kontrollieren Sie den Verdichter auf sichtbare Mängel von außen. Prüfen Sie außerdem den Stand des Motoröls mithilfe des Ölpeilstabes, genau wie bei einem Auto. Ist der Ölstand zu niedrig, füllen Sie Motoröl mit der Spezifikation SAE 10W40 auf. Falls sich nicht mehr genügend Treibstoff im Tank befindet, betanken Sie die Rüttelplatte mit Benzin. Kontrollieren Sie auch den Luftfilter und reinigen ihn gegebenenfalls. Zum leichten Transport lässt sich der Führungsbügel umklappen. Haben Sie Fragen zur Inbetriebnahme oder zum Gerät? Rufen Sie uns an unter 0800 18 05 und 4 mal die 8. Zeppelin Rental – Mietlösungen für jedes Projekt.